Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Ruhe da unten anzunehmen bei Geno in Coldun, an dieser Position. So, ich darf mich nun zu dieser Position bewegen. Da gibt es jetzt mehrere Wege, ich zeige euch einen davon, also so wie ich laufe, können natürlich andere Abzweigungen nehmen, völlig egal. Ich halte mich möglichst an der Küste. Natürlich, jetzt werde ich auch noch abgemontet. Die Mobs wissen anscheinend nicht, dass ich ein Video mache. Sauerei. Oh, verwirren können sie auch. Ganz toll. Sozusagen Supermobs, hm? Weiter geht's. So, und jetzt nur auf der Küste folgen, dann kommt man ans Ziel. Hätte auch hier quasi auslaufen können, das sind aber auch zum Teil Mobs, also völlig egal. Hier hat man ziemlich seine Ruhe. Und da bin ich auch schon angekommen. Quest ist abzugeben bei Mert Erzfeld in Coldun, an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao! Ciao! Ciao!